Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Schulden, so werden Sie zur Nadel im Heuer offen. Damit es da erst gar keine Missverständnisse gibt, dieser Ratgeber versteht sich keineswegs als Herausforderung Ihren Gläubiger, um Ihr Geld zu prellen. Sie sollten Ihre Schuldenprobleme durchaus gemeinsam mit Ihrem Gläubiger lösen. Aber ein Umzug kann Ihnen vor den ersten Zwangsvollstreckungsattacken Luft verschaffen. Und er verschafft Ihnen zudem ausgezeichnete Positionen für aussichtsreiche Vergleichsverhandlungen. Betrachten Sie so einen Umzug wie einen dieser auffallenden roten Notstoppknöpfe von der Vorderseite von Rolltreppen, Hydraulikpressen oder anderen gefährlichen Maschinen. Mit diesem Stoppknopf können Sie auch die existenzfressende Maschinerie der Zwangsvollstreckung mit einem Schlag anhalten. Diese Maschinerie droht Sie immer zu erfassen, wenn Sie aufgrund Ihrer Schulden ins Visier von Gerichtsvollziehern geraten sind. Sie müssen sich über eins klar sein. Schulden zu haben ist unschön, aber weder eine Schande noch ein Verbrechen. In aller Regel wird Ihr Gläubiger einst durchaus ein eigensüchtiges Interesse daran gehabt haben, dass Sie ausgerechnet bei ihm Schulden machen. Also darf er hinterher nicht jammern, wenn Sie zum Beispiel in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind und Ihre Schulden zunächst nicht zurückzahlen können. Wenn er jetzt aber blindwütig die Kavallerie losschickt, dann haben Sie als Schuldner durchaus das Recht, sich listig in Sicherheit zu bringen. Schulden sind kein Grund, den finanziellen Freitod zu wählen. Und so ein Umzug verschafft Ihnen mit Sicherheit eine Atempause. Diese Pause kann sogar sehr, sehr lang werden. Denn angesichts eines Umzuges müssen Sie Ihrem bisherigen Einwohnermeldeamt ja keineswegs offenbaren, wohin Sie verziehen. Und man kann über die EU schimpfen, so wie man will. Eines ist an dieser gesamteuropäischen Moloch überaus klasse, die Niederlassungsfreiheit. Wenn Sie wollen, können Sie also problemlos Ihren Wohnsitz per Umzug beispielsweise ins finstere Rumänien verlegen. Dahin, wo es wahrscheinlich noch nicht einmal eine funktionierende Post gibt. Dort sind Sie dann gewissermaßen unangreifbar und können mit Ihren Widersachen gewissermaßen mit einer Tarnkappe auf den Kopf verhandeln. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Umzug so clever arrangieren, dass Sie trotz fehlender Zustelladresse in Deutschland weiterhin Ihre Post empfangen können. Und auch Bescheid darüber wissen, was beispielsweise in Ihren geschäftlichen Angelegenheiten aktuell so los ist. Für ganz ausgefuchste Held, weiße Weste durch Umzug sogar noch ein ganz besonderes Sahnehäubchen bereit. Sie bekommen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie trotz fehlendem deutschen Wohnsitz legal einen gültigen deutschen Personalausweis beantragen können. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher